Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Letztes Mal haben wir genau hier aufgehört. Machen auch direkt hier weiter. So, gucken wir uns mal hier mal um. Vielleicht finden wir was Gutes. Ne, nur einen billigen Stock. Na gut. So, einmal schnell hier durch. Ne, auch nichts. Okay. Können wir höher? Wir können nicht höher. Oh, okay. Schön hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Oh, ein alter Player. Nice. Okay, hier haben wir nichts. Noch nicht. Hier ist was. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Ja, hier haben wir einen Zettel. Okay. Ja, ist ein gutes Versteck. So. Ellie, komm schon. Geh schon in die Schule. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. So, jetzt wird's... ...n bisschen heftiger. So, ganz kurz einmal... ...FPS Drop. Oh, was war da? Schnell, 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 schnell. Nein. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nicht. Wenn du meinst. Na, ist doch normal, ne? Also für die Zeit jetzt. Bereilen wir uns. Jawohl. Ich will nur einmal hier nachgucken. Nicht, dass ich eine Pflanze übersehe. So, wie viele haben wir denn hier gerade schon? Fünf. Das waren die ersten. Okay. So, das lasse ich jetzt noch mal bei zwei. Weil manchmal findet man ein Messer und dann kannst du es nicht aufnehmen. Komplett kacke dann. So. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Okay. Kein Thema. Wieso kann ich mich... Hey, hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. WTF? Ich kann mich gerade nicht hinducken. Was ist los mit dem Spiel? Was ist los mit dem Spiel? So. Docken C. Ja. Tue ich gerade. C, 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 C. Will er nicht. Okay, habe ich einen Bug? Steuerung funktioniert auch nicht. Okay. Das Spiel will nicht. Warum will das Spiel nicht? Äh. Hier funktioniert C. Ja, ist anscheinend ein Bug. GG. Ja, komm. Ich kann nicht mal nachladen. Okay, pass auf. Okay. What the fuck? Wieso kann ich nichts hinsetzen? Jetzt muss ich sogar einen Safeload machen. Ach, wenn das Spiel manchmal Bugs hat. Ah, jetzt darf ich mich hinsetzen. Ja, das ist doch schön. Ah, und auch leise schleichen. Ah, schön ist es doch. Oh, das war bad. Nachladen. So, wenn uns schon Waffen gegeben werden, dann werden wir sie auch nutzen. Simpel. Nichts mehr hier mit Sneaken. Auf da. Aha. Okay. Ein bisschen Sneaken geht trotzdem, ne? Man muss ja nicht überrannt werden. Ah, ich höre schon, ich höre schon. Warm, Junge. Oh, der hält zwei aus. Die Sau, ey. Also besser als das geht nicht. Oh, direkt ins Gesicht. Also ist halt echt das Beste, was man hier halten kann. Okay, bloß nicht überrascht werden. Ganz geil, wie die immer nachspawnen. Eigentlich müssen die das ja auch hören. Schau mal. Boah, das war voll nah. Komm aus, komm aus, komm aus, komm aus. Komm, Männern. Schnell. Ich glaube, das war es. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. So. Das ging jetzt ein bisschen smoother als im ersten Playthrough. Da war nur der Bogen und die Nahkampfwaffe als Action gedacht. Oh, ich habe einen Schlüssel. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich teste mal kurz die hier. Im Sinne von Finalkampf. Ganz ruhig. Oh, shit. Okay. Hm. Eigentlich müsste man den Bogen jetzt nehmen. Weil, das sind Runner. Einfach geil. Cool, dass die One-Shot-of-Körper sind. So. Der hat gerade Luft geholt. Und dann kommt ein Pfeil in seinen Mund rein oder was. Erst mal Atem weggenommen. Oh. Komm. Boah, direkt in. Holy shit. Das war knapp, ey. So. Wir müssen mal hier aufs Dach rauf oder so. Mehr Overview kriegen. Und wo habe ich getroffen? Ah. Auf die Wange. Oder waren Knochen, eher gesagt. Was ist denn da dran? Ich kann auch hier rein, das ist gut. Gold, gold. Sehr schön. Noch einer. Kann man hoch? Man kann nicht hoch. Okay. Oh, habe ich schon. Oh, egal. Nehmen wir mit. Kein Zeug hier drin. Keine Pillen. Nick. Hier auch nichts. Schuss. Jetzt zauern. Zauern davor. Okay. Fuck. alter wo geht er lang schöner schuss diese neuen infizierten die sind leichter aber die sind nerviger weil die können sehen, die können rennen aber gehen wir mal weiter so, wo gehst du lang und noch einer am Zaun auch ein neuen infizierter zack, wunderschön so da ist ja eh nichts mehr gehen wir mal kurz hier rein teile nehmen wir so, sieben, na gut besser als nichts so wäre schon heftig, wenn man hier auch solche Waffen hätte, wie so ein Privatverkäufer oder Super Militär von wegen halbe automatische Schrotflinte mit Range oder Slugs Junge, 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 was für eine Maschine man in dem Spiel wäre oder so ein vollwertiger wie ist das Karabiner beziehungsweise Sturmgewehr mit Modifikationen da hätte man so ein Visibus x4 oder so drauf da hätte man sozusagen einen Mini-Sniper aber genauso wenig so Salvenschüsse oder vollautomatisch für Nahkampf ein Mannarmee gefühlt aber schon die M4 ja genau, M4 schon die ist ja alleine heftig so, kommen wir hier runter auch nichts, auch nichts okay so, kommen wir ran hier ah, scheiß Knoten na gut keine andere Wahl äh, M4 ja, wäre echt nicht schlecht oder wenigstens ein Bogen, ne äh oh, scheiße sie haben uns nicht gesehen wir in Deckung bleiben vorsichtig so boah die Schreie erstens immer die Schreie an die Szene mit dem Film letzterer Zusammenhang World War 6 oder oh, fucking oder zack oder an, äh gefühlt ähm wie heißt der denn nochmal der Narskull König auch wenn er spricht oder so oder die Narskull selber das Schein okay verstehe so schnell durch hier okay bis jetzt noch nichts hier wir können schon wieder nicht hoch schade oh, war das oh, gar nichts come on irgendwas muss hier doch sein oder he shotgun ansonsten auch echt so man ok los wo geht's aufs Wohnmobil und rüber das sollte reichen na los, na los, na los ja haben wir noch was haben wir nehmen wir weißt du gut wer hat das da gelassen hast du Freunde hier nein aber ich kann mir schon denken wer den Weg nutzen könnte die Schule ist hier nebenan gehen wir rein alles klar als wenn es gar so mit dem Leben tot geht und runter dann ist was nehmen wir mit schön pflanzen noch kann man nichts hören ist hier wirklich nichts drin das sind Schuppen oh, come on wenn ihr ruhig Teile reinlegen können so hm bis jetzt noch nicht so viel zum looten ok, wir sind sicher im Moment verdammte Dinge keiner wurde gebissen ja nein alles klar alles ok gehen wir weiter ok jetzt kann man hoch erstmal hier alles abchecken wollen wir weitergehen aha killen nichts besonderes nur ein Tagebuch ok hm schade ja kommt jetzt ja ich wollte sagen dass es mir leid tut wegen Tess das war es ich ich fang nicht wieder davon an Mally mach dir keine Sorgen um mich wir sollten nach Bill sehen ok ja wenn man was auf dem Gewissen hat sollte man es sagen ja ok nicht so rumschreien ne paar Pfeile kann ich nicht mitnehmen ja brauche ich den Bogen noch gleich ach ich habe eh mein äh meinen wer ist das meine M4 im Notfall falls es doch zu viele kommen oder mein El Diablo und Mini Shotgun ich glaube dass ich echt die beste Combo so leise doll viel und äh Notwendig da hinten sind einige wir müssen leise sein jep ich fang schon gerade an zack jungen wo treffe ich den uuuu nice shot wunderschön gut dass alles one shot ist ich fühle mich wie in Resident Evil 5 wo man den Bogen freischaltet der ist zwar nicht one shot aber das ist schon so ein mini cheat code ne mit unendlich Manier sonst zerbrechen ja die Pfeile da ist es ja nicht unendlich aber ist schon nice hä okay ne diese scheiß ähm jetzt ist nochmal Stachel der Rad ey zieh die ganze Zeit den Weg soo perfekt Sneaky durch Ellie lauf lauf holy shit nachladen das war einfacher als gedacht puh wir sollten nichts riskieren wie kommen wir rein da liegt einer Leiter auf dem Bus hilf mir da hoch dann hole ich sie ja schnell die Schüsse hat man auf jeden Fall gehört also eigentlich bis jetzt die ganze Zeit aber ich meine jetzt in dem Umfeld wenn es hier so viele gibt so halt die Waffe bereit sei vorsichtig da danke da kommt bewegt wir müssen auch noch darauf alles okay wir müssen nur zur Motorhaube aha wenn du meins na komm noch da sie kommen blau 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 okay wir gehen schnell rein wir holen uns die Batterie und wir machen dass wir hier wegkommen oh Mist verdammt verschlossen wir müssen weg wir müssen da rein um an die Batterie zu kommen na los durch das Fenster schnell boah alter meine Ohren piss dich du kacktein holy shit boah scheiße so kann man es auch sagen so hilf mir ja bist du jetzt so weit was es ist leer verdammt Leute wohin Bill wohin erstmal weg hier wir müssen raus komm mit das ist natürlich scheiße sollt erstmal halten schnell nachladen da hinten ist schon wieder einer wir schleichen uns hinten raus ihr zwei folgt mir ich bringe uns hier raus oh ja das ist mein bestes jedenfalls da hinten wo ist hier dunkel denn da fuck da ich ne gute Ablenkung um die zu resetten ich seh halt nichts ey das ist so dunkel wo ist der zu deiner ecke ich dachte schon komm nochmal raus komm raus da na komm der geht hinten um den nicht hinten movet irgendwas sehr schön da können wir ja nicht rein okay der ist da oben auch runtergefallen auch so ein ekliges Versteck so noch nicht zu früh ja ich wollte nur nachgucken was da hinten ist nicht so oben schreien hier sind überall welche komm mal komm mal geh da hoch nehmen wir mit nehmen wir auch mit nichts okay hier geht's durch wir müssen an denen vorbei okay ja noch so irgendjemand in der Nähe nee das ist gut noch so nimm den Bogen wieder raus ich sag's doch eben da gehen wir lang den Flur runter boah jungen das ist doch crazy also nicht so besonders aus hat sich nice angefühlt gefühlt wie jetzt mal ein competitive online Spiel multiplayer schau nach ob sie etwas dabei haben nehmen alles mit ne leider nicht so müssen wir einen herstellen noch rein da helfen wir mal damit okay bereit f f f die erzeugt okay jawohl jungen das wird sie nicht lange auf das klingt nicht gut boss phase jungen dark souls boah fetter auch nein nein was ist das denn ein ein verliegen denkung Das ist echt schwer. Weg mit dem Teil. Junge, die M4 ist immer noch besser gefühlt. Einfach nur, weil man Dauersprayen kann. DPS hier. Holy shit. Ich brauche mehr Muni da drin. Dann würde es schneller gehen. Fetter Typ. Ja, ja. Kurz noch hier rein. Support, sofort. Hier sind noch Teile. Ich muss hier meine Waffen verbessern. So, hier müssten eigentlich noch Molotows rumliegen. Eigentlich. Wenn ihr extra hier platziert. So, einmal kurz rumrennen. Hier nichts. Hier nichts. Da nichts. Hier nichts. Auch nicht. Als wenn. Irgendwie in Erinnerung. Hier ist eigentlich ein kostenloser Molotow. Naja gut. Scheiß drauf. So, auf da. Okay, gehen wir Leute. Okay. Los geht's. Jawoll. Gut, kommt schon. Kommt. Joel, hinter dir. Verdammte Scheiße. Oh Scheiße. Okay, okay. Nachladen. Noch mehr. Deine ist der letzte. Mach ihn jetzt. Oh, ich hasse diese Dinger. Okay, geschossen. Los, komm hoch hier. Dass wenn man, äh, geschossen hat und nachlädt, aber da ist noch eine Patron drin, dass man halt nicht durchladen muss, sondern nur Magazin wechseln. Wäre cooles Detail, aber damals hat man, glaube ich, nicht daran gedacht oder nicht an Ulti. Oh, hier unendlich Munition. Ja, wobei sogar ununendlich geht's ja. Hm. Naja. Hier lang. Ja, weg hier. Schau, Mutter, Joel. Wir müssen weg. Ja, ich kann nicht so schnell, weil du noch so lange... Weg hier. Weg hier. Boah. Na, das lief ja toll. Nee, er vergreift sich das jetzt mal. Ich gehe und sehe mich hier hinten um. Boah. Echt schlimm, wenn man immer warten muss, wenn jemand langsam klettert. Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann sich den Job... Ich lass dir völlig testen raus. Ganz, das hab dich mit. Scheiße. Den Zeug war diesen Typen. Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Will auch eine Machete. Oder ein Schwert, irgendwas Scharfes. Das sind Bisse. Hier. Und... Er... wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Mann. Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt... Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Na, das wird ja was. Himmel. Das gehört auch mir. Tiefwaffen. Also was? Du hast... Du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ist das so, Frank? Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Ich lass es dich wissen. So. Good luck, Frank. Achso. Sein Abschiedsbrief wahrscheinlich. So. Ja, ich kann was essen, um deinen Medici zu... Äh... ...zu vergeuden. So. Nehme ich alles mit. Hier ist nichts mehr. Doch. Eine Fälle. Richtig. Wir waren sonst noch mehr. Nichts, ne? Gut. Noch nicht. Erst mal mit ihr reden. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. So. Und? Noch mal Frank den Zettel geben? Äh, Frank. Mein Gott, jetzt bin ich schon verwirrt. Bill. Du solltest es haben. Die Zettel von Frank für jetzt. So fühlst du dich. Schön leck mich da, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Noch nicht. Denn man kann den ja wieder aufheben. Das ist ja auch das Lustige. Dafür gibt es, glaube ich, einen Erfolg. Und noch mal lesen. So. Jetzt können wir gehen. Nachgeladen? Nee, das will ich nicht. Jawohl. So, let's go. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher willst du? Weißt du was? Mir egal. Versammeln wir nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt. Jetzt. Gib Gas. Gib Gas. Super. Hey. Ganz toll, kleine. Bill, lass gut sein. Ellie, wir versuchen uns nochmal. Konzentrier dich. Oh, mein Fehler. Hey, da drüben. Oh, Mist. Ich zieh'n nicht. Ich zieh'n nicht. Ey, das ist gemein. Pissig. Das war's. Zurück zum Truck. Ja. Wir sind zu langsam. Ja, natürlich. Wir schieben ja nicht. Schieb weiter. Schieb weiter. Von hinten? Nee. Resale an. So, auf die 30 Schuss warten. Extra. Die Dark Resale. Die Dark Resale. Fucking hell. Nein, Gott. Oh shit, ey. Beste Waffe in dem Game. Wenn man die noch verbessern könnte, wäre sie zugropen. Oh, ich hab's geschwittert gebrochen. Egal. Zu schnell gewesen. Aber so viel Druck muss man. Das wär cool, wenn man noch schießen könnte. Gut, dass sie weiß, wie man fährt. Oh mein Gott. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Immer diese aufmunternden Worte hier. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Ja. Und Bilder. Wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Zack. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Weißt du das? Stimmt. Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, ähm. Hier. Tast nicht oft, weil er in Skin... Oh Mann. Red Dead Redemption oder was? Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie... Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde? Und weg ist sie. Jawohl. So ne Scheiße. Ja, hätte man den Panzer wahrgenommen, könnte man die wegschieben, ne? Oder drüberfahren. Schüt. So ne Kacke, ey. Wie lange das dauern wird, alles wegzuschieben. Am meisten, weil die festgeraustet sind. Wah. Vorsicht! Oh Mann! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie! Oh, und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh. 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 Oh my God. Oh, Lord, if you hear me, I can open. Oh. Oh my God. Holy shit, war das gerade laut. Aber ich hoffe, es soll so sein. Holy moly. Achtung, die kommen. Schnell, schnell, schnell. Ist der Wichser. Spam die Taste, Spam die Taste. Oh, Alter. Zag in die Fresse. Statt mit ihm. Jawohl, Junge. Was ist bloß los mit denen? Atmet durch. Los gehen wir. Okay. Achtung! Oh, shit. Bleib unten. Weg mit dem. Scheiße. Oh, shit. Die Mucke ist geil nebenbei. Wo ist die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Oh, shit. Fuck. Switch. Du bist tot, Arschloch! Nächster Doom. Boah, der Rückschuss. Nachladen. Da hinten. Oh, die ist sehr ungenau. Weg mit dem. Nachladen. Noch einer. Wo bist du? Ben. Oh, der zweite ist immer Kopfschuss. Hammer, geil. Waren das alle? Ja, jetzt haltet er. Ja. Ja. Können wir die Kassette mitnehmen? So, wir brauchen irgendwas zu essen. Come on, come on. Gar nichts mehr. Okay, gehen wir in den zweiten Laden. Okay. Okay. Können wir da auch nicht erreichen. Okay. Nee. Hier liegt auch nichts. Nee. Siehst du was? Ist jetzt noch nicht. Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Ja, das stimmt. Oh, ein paar Helfenummern. Nehme ich mit. Auch nichts. So. Das Wasser nehmen wir mit. So. Geduld. Mal einen kleinen Snack gibt es hier. So eine Scheiße. So, dann können wir hier durch. Okay. Einmal speichern. Verschreiben. Jetzt gehen wir da rein. Na los. Okay. Jetzt versuche es, mit irgendwas aufzuhebeln. Ähm. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ali. Gut. Alter, mach hin, ne? Das war schwer. schön mit der wollen alles klar wissen was genau hier machen wir stopp das behalten wir uns für die nächste folge also wir sehen uns dann wieder einschalten und bis zum nächsten mal